... Zurück zu einer neuen Folge Gears of War Ultimate... ... mit dem... ...Game Jam... ... alias Sake. Wir sind wieder voll am Start, haben Bock zu schnitzeln. Und das Finale von der letzten Folge war ja göttlich, oder? Ohohoh... Du trittst die Tür und ich tritt dir den Arsch. Zentrale, hier Delta-Truck. Neues von Alpha... Klopf, klopf. Negativ-Delta. Immer noch Funkstelle. Over. Roger. Dom. Phoenix. Hier suchen wir einen Eingang. Richtig gutes Videospiel. Ja. Wurde mir Zeit, das mal wieder zu spielen. Ja, wenn die nur den zweiten Teil... Oh, der dritte Teil ist nicht so wichtig, aber der zweite Teil... ...wenn sie den noch remasteren würden... ...remasteren würde reichen. Alter! Das ist der Traum. Auf geht's. Ja, genau. Das ist die Stellung mit diesen Treppen. Ja, genau. Okay, was kommt jetzt da wo? Oh, wow, wow. Das war jetzt gerade... Ne, das war jetzt im Hintergrund gerade diese... Ich weiß nicht, wie hießen die Kreischer oder diese... Ach so, ich hab ganz woanders hingekommen. Aber jetzt müsste hier wieder was daher kommen. schon mehr im Schwestern durch los er hat sich in den Anzummen nein es hat nicht erwischt jetzt ist auch einer ich bin da und ich glaube ich habe ich habe die Treuker jetzt ausgeschalten mit der Granate aber werden nicht geworfen haben ne leider nicht war doch nicht Kamen liegt an ich glaube da musst du echt die Pistole nehmen Armand versuchte die Kanade zu werfen auch verdammt da muss auch stehen viel ich versuche mein Glück auch verkackt er hat er ich bin weg von mir ist er ist ganz gut am liebsten bis ins Mg aber das ist gut so jetzt Zeichen getötet aus Neuermin geht Oh, scheiße, der hat Schwulflinte, der hat Schwulflinte Jawoll Shit Ich kann die Schwulflinte nicht aufheben, ich sehe sie auch gar nicht Okay, jetzt kann ich gerade nicht mehr so viel ausrichten Wir haben ihn jetzt gerade im Winkel Ja, ist auch gut Reuker ist weg Dann hebe ich die mal auf, du kleiner Mann Der ist auch hin Ist das das, was ich denke? Nein Hammerbust ist das Was, 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 was? Oh Mann, ich bin in der dunklen Situation Nee Scheiße, ich habe keine Granate mehr Sind die hinter uns? Shit Oh, ich habe einen Kopf zertreten Ich bin der Reuker Ich kann nicht mehr hin, Mann, ich muss hier raus Oh So, zu viele Gegner Sind die hinter uns jetzt? Also ich bin hinten drin, hinter der Reuker In diesen Zwischenräumen Ja, genau Und jetzt sind wieder welche auf dem Hof Ist einer auf jeden Fall Oh, shit Okay, gut, der ist weg Scheiße Ich komme von der anderen Seite Ich komme von der anderen Seite Und hier sind wir die ein Er macht Er hat die Kettensäge nicht angemacht Ich habe zweimal gedrückt Genau neben mir liegt ein Gegner Oder steht ein Gegner Ja, wenn du von da draußen zur Troika reinkletterst Dann kannst du mich gleich aufheben Zu der ersten, die wir abgeballert haben Okay Okay, sehe dich Danke, Mann Ja, ja Oh, da links ist einer Scheiße Also Kettensäge kannst du echt nicht Oh, zwei Stück sogar Kettensäge darfst du echt nicht verlassen Oh, shit Nee, die können wir unterbrechen Oh, ich habe verladen Nein, ich bin gleich down Ich bin gleich down Wer zusammengeklappt ist Wie ein Flieger Der Schwung findet der Achtung Lass mich aufheben Dann mich auch einer ab Alles klar Ich habe keine Du Sack Ich habe wirklich keine gehabt Ich habe sie jetzt erst aufgehoben Der andere konnte ich nicht aufheben Dafür kriegst du die Granaten Buspress Äh, gut durchgekommen Würde ich mal sagen Auf jeden Fall Er hat die Granaten Er hat die Schwulflinte aufgehoben Schau Nee, der hatte ich schon vorher gehabt Der Kim Warte mal Ja Echt? Da ist ja ein Schlawine dabei Jetzt noch Ja, aber es gibt ein Problem Irgendwas stimmt hier nicht Das sinkt Oh, oh Sehen Sie Sniper In Position Ja, auf uns Die Wange Was sind die Troika? Ja Wo kommen sie? Wenn wir irgendwie die Sniper kriegen Kannst du die Strohfe hinterher haben Okay Bereit zum Schuss Baller sie nieder, Dom Baller sie nieder Damit sie ziehen Ist ganz einfach Oh Der Da liegen zwei Schrubflinte jetzt Ja, jetzt kommt die Grenadier Die Grenadier haben immer eine Schrubflinte Ich soll wirklich direkt wieder aufstehen Ich hilf mal Den Dude, der mich nicht mag Der mag dich schon Der andere nicht Der hofft man Aber der ist ja gar nicht dabei Ach so, okay, okay Also er hat auf jeden Fall nichts gegen dich, denke ich Aber wenn er dich mag, weiß ich nicht Alter Weg mit ihm So Schauen wir mal, ob ich hier eine Schrubflinte finde Ne, noch nicht Hast du schon eine Schrubflinte genommen? Also hier müsste eine rumgeflogen sein eigentlich Aber die sind jetzt alle weg schon Warte, war da was? Die sind weggespawned Vielleicht Granate Hier ist ne Granate, wo ich stehe Da hinten, da hinten wieder Da, wo der Typ down ist, oder? Ah, da bin ich ja aufgegangen Von hinten oder von vorne? Von, oh Mann Ah, von rechts Ich hoffe jetzt mal Ne, irgendwie auch von hinten Von hinten auch Hä, von wo denn? Oh, shit, Alter Endlich, danke dir Oh, jetzt bin ich down Verdammt Alter, ich hab mich aufgepasst Ich dachte, da wär einer Aber dann war da keiner Deswegen bist du down gegangen Ah Ja, ich wusste nicht, dass du genau da liegst, Mann Hintest du direkt auf Ich bin direkt wieder down Flucht Wo, wo, wo? Ach da Jetzt aber Ach, gib Was, das hat dir nicht gehillt? Ich hab die Tür nicht zu, Alter Ja, sag's mir früher Ich wär auch fast gestorben Sorry, sorry, ja, ist das grad passiert Ich hab ne Granate neben den Giger geworfen Hätte eigentlich treffen müssen Und er ist nicht gestorben Ab dem Fall an derselben Er ist immer nicht tot Oh, was von wo? Erzter Endlich, wo für die Regen Ich bin echt Wahnsinn Zentrale Hier, Delta, bitte komm Also somit haben wir die schwerste Stelle im Spiel geschafft, bis man die Schropphunde kriegt Militäausrüstung funktioniert immer Ja, haha Kam ein Mann Ich weiß Ich öffne die Tür, ich hab den Code Er hat schon wieder den Code Ah Er bewirzt den nicht mal Ah, jetzt kommen die kleinen Gremlings Ich glaube, wir haben Alpha gekocht Ich glaube, eben, wo hier kommt es Und Und unser schöner Cole muss noch das Echt? Cole? Oder Bird zuerst? Ja, ja Ich würde mal die Sonne nehmen, wenn es okay ist Hier sind Granaten Hab ich eingesammelt Und Bird oder Cole? Ach so, unten ist Cole Der hat Sätze und so ein K-Mein Das wird ein echtes Highlight Das ist gut, sagt er Er braucht unsere Hilfe Die Treppen runter Ey, die Granaten haben keine Wirkung Ja, der Hinterstein ist ja noch einer Will ich es wissen, Mann Ach so Ne, ne, der ist noch da Ja, sieh ihn doch Der stirbt da, finde ich Ist er am Stein? Ne Und er ist eine Leiche von einem Krieg? Ne, das ist nicht auf jeden Fall Hat es nicht funktioniert Ja, traurig, traurig Aber manche Sachen, die muss man halt schlucken Hinter dir, hinter dir, hinter dir Da wäre es so gewesen, nein, nein, nein Sag deinen Namen, Soldat Private Augustus Cole Vom Alpha-Trupp, Sir Cole, wie der Cole-Train Ja, so ist es gut Wo sind die anderen aus deinem Trupp? Die sitzen drüben, in der Grabkammer Wir sind der Delta-Trupp Wir sollen das Schallgerät holen Und euch hier rausbringen Wurde auch Zeit Wir haben auf den Hubschrauber gewartet Aber die Funkgeräte sind im Arsch Das sind die Seher, sie stören unsere Übertragungen Dann sollten wir uns zuerst um diese Seher kümmern, Sir In Ordnung Wir müssen Kontakt zur Zentrale aufnehmen Sofort Oberarme des Todes, ey Das ist eher 75er Oberarme, ey Ich dachte, die kann man auch sagen Die großen Kisten Wir haben dir zugesehen Das stimmt, alle wollen den Train sehen, Baby Echt so bin ich Okay, ich habe es jetzt genommen, weil ich kaum Schmuck hinter hatte Ich hatte nur vier Schüsse noch Oh, zu sehen, wenn wir die schönen Kisten Äh, Kisten, was sag ich? Ah Ach, da kommt jetzt die Szene, die ich vorhin meinte Ja, jetzt kommen sie auf Oh, jetzt nehme ich sie mir Ich glaube, du musst echt was schlagen, weil Du hast ja keine Chance Schießen, schlagen, schießen, schlagen In der Kombination Und der erste kommt hier oben gleich Durch ein gutes Gitter, glaube ich Versuch ihn zur Tür Ah, da unten kommt er Keine 2x Alter Aber echt so Ah, die sind richtig krass aufwaren, sie Die muss aufpassen Das war's ja eh, aber nur als Reminder Oh, neben mir Plötzlich geschlagen Wie die hochspringen, die Decke, Mann Das ist in der Gollum, ihr Vater, Mann Zurück Oh, das kann unser Effekt Oh, das läuft bis jetzt echt gut Ich kann mich dann erinnern, dass ich hier voll Probleme hatte damals Ja, ich wollte es auch gar nicht sagen Bereit zum Schuss Hinter uns Oh, stimmt, 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 stimmt Oh, ich hab mich, äh, ich hab falschen Achteladen Shit Nein, nein Ja, ich komm schon Ist gefährlich, Mann Das witzige ist, wenn man das Spiel auf leicht spielt Und der Roboter macht dir hier die Tür auf Wenn du richtig schnell alle tötest, dann fährst du durch Als ob man Keine Metalltür zerstört, sondern Butterbrot Auf geht's Verdammt Oh, haben wir da Morgenröte eigentlich schon Yeah, baby Lanzer wird auf hierhergegeben Konzentration Hab ich schon Was, ich muss jetzt auch eine Morgenröten-Ding Ah Ich will aber meinen Lanzer nicht wegwerfen Ah Ich will aber meinen Lanzer nicht wegwerfen Na gut Dann nehme ich Oh, ich glaub schon Man, der Typ steht vor mir, der die Tür öffnen soll, der stört mich Jetzt hat er den Code aktiviert Jetzt hat er den Code aktiviert Boom Schießen Sie, Soldat Oh, oh Nein Ach, jetzt Ich schieße auch nicht neben der Tür Du musst mich halten Ist doch schon tot, krass Nee, doch nicht Der hilft noch Der lebt immer noch Boah, schön heftig, ne? Das ist schon eine coole Waffe Ja Boah Boah Ich steh mal vor, das gibt's wirklich Eilsat, Alter Boah Boah Wie er hat's überlebt, Mann Ja, vorhin du läufst aus deiner Deckung raus und auf einmal kommt einfach so ein heftiger Lasersträuflich runter und äh, legt sich auf Ich kann, ich kann halt im Ernst nicht nur die, die Lancer aufsammeln Ja, du brauchst den für den Zimmel Okay Den haben wir noch morgen gerüttet, als hätte ich Okay Ihr habt einfach Glück gehabt Zentrale, hier Delta, bitte kommen Müssen wir hier hinter Es muss weitere Seer geben Oh, wir müssen hier runter Ah, Munition Es muss weitere Seer geben und ich denke mal, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge, oder Sasch? Wir müssen uns bewegen, Alpha wartet Das stimmt allerdings, ne? Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht Au weh Also Leute, ich wünsche euch noch viel Ach, was rede ich Gut, das war's mit der Folge, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute Wir wünschen euch noch einen schönen Tag Und ciao, ciao und vielen Dank für das kostenlose Abo, was ihr bei uns abgeschlossen habt Der Link vom Secher ist in meiner Beschreibung drin Oh ja Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag